Der nächste Morgen im oberfränkischen Fichtelgebirge bringt neben Sonne auch ein Ergebnis. Zweiter Tag im Gasthof im Gesteinigt. Gestern hatten wir das erste Testessen. Hier sind die Ergebnisse und die werden wir jetzt erstmal verkünden. Das Betreiberpaar hat alles gegeben. Nun muss ich zeigen, ob die Testesser diesen Einsatz honoriert haben. Hi. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Na? Hi. Hallo. Schönen guten Morgen. Morgen. Wie geht's euch? Ich glaube, ich habe besser geschlafen. Kurz geschlafen, ein bisschen müde. Das war natürlich stressig gestern. Das war ja auch irgendwo eine Extremsituation. Genau. Hier, die haben auch was dazu gesagt. Komm, wir setzen uns mal hin. Was denkt ihr denn, wie es gestern war? Also ich glaube, dass Vorspeise und Hauptgang ganz gut rausgingen. Ich weiß nicht, ob das nur mein Gefühl war, aber zum Dessert hin ist es dann recht stressig geworden. Wir haben uns ja dann recht angezickt. Ich habe hier kein Platz. Ruhig, 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 ruhig. Stell das bitte nach rechts. Wohin denn, Fasel? Wohin denn? Es ist kein Platz hier. Ihr habt von möglichen 50 Punkten von den Testessern 4 und 30 Punkte bekommen. Glückwunsch. Danke. Danke. Ein ziemlich solides Ergebnis. Alle drei Gänge sowie der Service schneiden mit guten 8 Zehnern ab. Nur das Ambiente enttäuscht auf ganzer Linie und reißt die Summe wieder in den Keller. Ambiente von möglichen 10 Punkten. Und das zu Recht. Der triste Raucherpavillon, das Chaos und der lieblos eingerichtete Gastraum sind Gründe genug. Also, dass das Ambiente nur mit zwei Punkten abschneidet, hatte ich so nicht erwartet. Also, es ist natürlich niederschmetternd, wenn das jetzt alles so niedergeredet wird, aber wir sind ja im Endeffekt selber schuld. Wir haben das schleifen lassen, wir sehen das einfach nicht. Das Ambiente und das Umliegende in diesem Haus zeigt mir, dass ihr keine Ahnung habt, was es bedeutet, Gastronom zu sein. Also, der Satz, dass ich kein Gastronom bin, das wäre, glaube ich, das härteste, was er zu mir gesagt hat. Ihr habt nicht das Rüstzeug, das hier zu betreiben. Und ich sehe auch keine Körperspannung, wir präsentieren uns und so, weißt du. Ne. Kommt mal wieder nach draußen. Der Sternekoch will dem Ehepaar den sprichwörtlichen Wald vor lauter Bäumen zeigen. Und jetzt guckt euch mal an, wie beschissen das hier aussieht. Da stapeln sich die Steine, vertrocknete Blumen. Da vorne ist die Hecke nicht geschnitten, das Ganze geht hier tief ab. Hier kann kein Mensch sitzen, ja. Ein Kies, der so tief ist, ja, dass das als Terrasse eine Katastrophe ist. Dann kommt mit, dann dazu, was ist, was ist. Gebt mir mal eine Antwort, was das hier ist. Eine Treppe. Ja, jetzt will er mich verarschen. Aber ich halte das durch. Wie kann man denn sowas so versiffen lassen? Das ist doch euer Restaurant. Guckt, wenn man von unten kommt, ich kam am ersten Tag hier an und kam von unten und dachte ich, boah, Bombe. Aber was soll das denn? Mach das einfach mal. Der an sich wunderschöne Zugang war nur mit vollem Körpereinsatz begehbar. Und das ist, das ist, das ist eure Seele. Eure gastronomische Seele. Nach außen hin überhaupt nicht zu wissen, was es bedeutet, wirklich zu strahlen und Menschen eine einladende Umgebung zu geben. Aber oftmal, wenn... Nein, keine Arbeit ist eine Ausrede. Ausrede. Das ist euers. Das habt ihr mit eurem Geld bezahlt oder tut es noch. Aber das ist genau... Zwei Minuten. Ich kann... Also ich weiß gar nicht, wie ich mich fühle. Ich fühle mich einfach nur gerade irgendwie wie leer und also... Irgendwann wird man einfach betriebslöhnen und man sieht das nochmal. Mal eben die Luft rausnehmen. Mal eben die Luft rausnehmen. Tut mir leid. Tut mir einfach leid. Ja? Und guckt euch das mal auch hier an. Das ist alles Unkraut. Unkraut, 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 Unkraut. Das ist schlampig. Und da wehre ich mich gegen. Ja? Und bis sie es schnallen. Nun gilt es, die richtigen Worte zu finden. So. Entschuldigung. Machen wir weiter. Also das, was du uns jetzt gesagt hast, das... Muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Deswegen bin ich auch recht still. Aber im Grunde hast du recht da. Und jetzt muss was geändert werden. Damit du als Mutter leben kannst. Mit einem bisschen Arbeit. Du den Job machst. Und hier ein Unternehmen aufbaust. Als Unternehmer. Und nicht als Koch. Gut. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal eine kurze Pause machen. Ja. Bitte. Ich konnte gar nichts mehr sagen. Ich hatte da ein Kloß im Hals. Ich glaube, Sie haben es verlangst und begriffen, worum es geht. Ob Frank Rosin sich da nicht täuscht? Aufläufe. Da bin ich jetzt nicht so ganz ins Thema reingekommen gestern Abend noch. Das ist hier deine Existenz. Das fliegt dir gerade alles um die Ohren. Und sag nicht, du hast in Aufläufe nicht reingefunden. Wenn er das nicht hier... Na, sehe ich hier keinen Grund weiterzumachen. Doch jetzt wird erst einmal gekocht. Michael soll seine einstige Leidenschaft wiederfinden. Oh, das hier ist ja ein Zeichen. Alles gut? Ja. Das ist ein harter Tobak, ne? Ja, schon. Ja gut, komm, lass uns ein bisschen entspannen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Dann machen wir mal eine schöne, kräuterige Avocado-Creme. Schnell, einfach und gut. Ja, so eine blöde Schnitte Brot, die können ganz interessant werden, wenn man nämlich guckt, dass man das Beste aus hier rausholt. Und da passt man ganz genau auf, das wird mega. Zunächst Olivenöl übers Graubrot geben, um es anzurösten. Dann Avocado schnippeln und Tomatenmark sowie Paprika hinzugeben. Schön verrühren, ein bisschen Limettensaft dazu, schön verstampfen, schön viel Kräuter rein, ist ganz wichtig. Knoblauch denkt man ja auch immer, dass man ihn presst, aber man presst ihn nicht. Knoblauch wird geschnitten und landet danach in der Pfanne. Jetzt zeig ich dir mal was. Wir nehmen ja diesen angebratenen Knoblauch einfach hier rein. Ein Schluck Weißwein, wo ich mir den Rest noch durchdrehen. So, und jetzt probiere das mal. Das ist richtig gut. Richtig gut, ne? Ja. So, und das ist unser Sandwich-Sprich. Das ist so eine Art mayonesiger Quark mit ganz viel Zwiebeln, Paprika, Crunch. Und das ist jetzt unser Organic-Sandwich-Sprich. Das bedeutet, da sind keine Chemikalien drin, da sind keine Dingsbums und keine Bumsding drin. Sondern es ist einfach nur sauber. Auch Blumenkohl und Champignons haben keinen Dreck am Stecken und landen in der Pfanne. Die Speisezwiebel folgt mit ebenso weißer Weste und natürlich Knallgeschnitten. Ne, 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 ey, pass auf. Das ist scheiße. So würzt man nicht. Man denkt sich aus, welche Menge habe ich hier drin. Und diese Menge brauche ich auch. Und dann würze ich richtig bewusst Leidenschaft. Das ist ein verlängerter Arm, um das gut zu machen. Und wenn du hier zwölf Stunden am Tag stehst, dann möchte ich, dass du abends nach oben gehst und sagst, das war heute ein produktiver und guter Tag. Ja, ich denke stolz zu sein auf die Arbeit, die man geschafft hat, das ist sehr wichtig. Momentan ist es einfach so, dass man aus der Arbeit rausgeht und einfach bloß noch kaputt ist. Das muss in deinem Kopf reingehen einfach. Sagen wir es einfach mal so. Es wird wohl gelacht, dass wir das dämlich mal eben so eine Leidenschaft wieder rausholen, oder? Und? Wollt ihr das auch haben? Dann sag ich euch mal jetzt ein Geheimnis. www.karl1.de slash Rosinesrestaurant. Ja, ja, aber kein weiteres Abend. In einer zweiten Pfanne Tomatenscheiben anbrutzeln, Weißwein an die erste Pfanne gießen und ein Birnchen in Streifen säbeln. Was ist Birnen? Warum Birnen? Für die Süße? Richtig. Nun, den Avocadoaufstrich übers Brot verteilen, um dann die heißen Tomaten on top zu platzieren. Das macht mir bei dir ja auch schon Spaß. Bei dir ist ja Hopfen und Malz nicht verloren, verstehst du? Du brauchst einfach nur mal ein gutes Coaching. Und jetzt stell dir mal vor, dein Gast hier, ne, bekommt jetzt so ein Brot. Scheint richtig gut aus. Ja. Und wahrscheinlich schmeckt's auch noch. Also, das ist so ein geiler Scheiß, ey. Hammer. Brett, ne? Hammer. Hammer, hol mal deine Frau. Denn auch Inge soll wieder Feuer fangen. Ihr Mann hat schließlich in einem Stahnebetrieb gelernt und ist zu allerhand fähig. Noch ein Löffelchen für Nicole. Das war, ja, für mich sommerlich, frisch, relativ einfach gemacht, aber ich fand's super lecker. Das ist richtig lecker. Seht ihr das? Wir müssen die Küche hier gar nicht neu erfinden. Nee, das schmeckt super. Wir müssen sie nur präzisieren. Und dann müssen alle Gerichte auch einzelne Marken sein. Und es bringt dich wieder in die Situation, dich leidenschaftlich und mit einem gewissenen Maß auf einem ganz bestimmten Level zu bewegen. Ja, das hat mir einfach gezeigt, wie simpel und gut das Kochen, wie das sein kann und mit tollen Produkten einfach was Schönes auf dem Teller zu zaubern. Ja, wir machen jetzt folgendes. Ihr setzt euch heute hin und schreibt mir mal im Zuge dieser Brote und Salate, vegetarisch, Aufläufe, finde ich ganz wichtig, einfach mal sagen, 20 Gerichte. Okay. Und vor allen Dingen, unbedingt gucken Dinge aus der Region. Also das ist jetzt schon Ansporn und ich hab da schon ein paar Sachen im Hinterkopf. Also ich glaub, dass das Michael heutzutage getroffen hat, was er vorhin gesagt hat, aber dass er dann beim Kochen nochmal richtig aufgeblüht ist und dass er dann schon gemerkt hat, er will ihm nichts Böses und dass er dann schon gezeigt hat, was er kann. Also bis morgen. Bis morgen. Danke. Ein erstes Flämmchen ist entfacht. Doch reicht das, um den hochverschuldeten Betrieb wieder auf Kurs zu bringen?